Und ich glaube, so eines, um es vorwegzunehmen, was wir für uns schon festgestellt haben, das Wichtigste ist, wie kriegst du die Information da wieder raus? Und da haben wir festgestellt, ja, es gibt einfach heutzutage Tools, wo im wahrsten Sinne des Wortes alles über die Suche funktioniert. Die haben einfach einen riesengroßen Suchbutton oben drüber, über allem, und dort gibst du einfach deine drei Wörter ein und dann kriegst du die Antworten raus. Weil die wichtige Frage ist ja oft, das, was du da selber hineingepflegt hast, das wirst du ja hoffentlich wieder finden. Aber die Frage ist, wie kannst du auf Sachen zugreifen, die jemand aus deinem Team hineingestellt hat, von dem du nicht mal weißt, dass sie da vielleicht überhaupt drinnen sind, aber trotzdem musst du je nachdem in deiner Funktion möglichst schnell auf dieses gemeinsame Wissen sozusagen zugreifen und es eben dann finden. Und ich glaube, da sollte man sich daran messen, wie schnell kannst du Informationen finden, die du nicht selber in das System hineingelegt hast.